Okay, neues Spiel, neues Glück. Hier mit der Sora, Ninjutsu Sora V2. Also nicht der 4K und auch nicht der 1er, sondern der V2. Das ist jetzt quasi die neueste, die rauskam von Ninjutsu. Und die wurde sehr gut getestet von einem YouTube-Channel, dessen Namen mir, ich glaube hier, Fortek oder so. Deutscher YouTuber, ziemlich cooler Typ. Vielleicht packe ich euch den Link in die Videobeschreibung. Warte, ich kann jetzt schauen, dass es hier oben aufpoppt. Ich muss es mal ausprobieren. Auf jeden Fall hat er diese Maus getestet. Und ich muss sagen, die ist echt Hammer. Der hat die empfohlen. Und das war auf jeden Fall ein guter Tipp. Deswegen hier, Shoutout an der Stelle, an unseren 4-Tag. Wie gesagt, heißt das, glaube ich, und wieder mal auf der, auf dem Mund gelandet. Okay, also das mit diesem automatischen Rüberziehen, das scheint irgendwie bei mir noch nicht so richtig zu funktionieren. Oh. Der ist hier oben draußen, oder? Ja. Oh, ich wollte eigentlich nicht die Richtung. Oh, ein Rucksack. So. Ja, das ist doch echt ganz gut. Funktioniert. Wie kommt der her? Da oben ist auch noch einer drin. Ich glaube, hier drin. Warten mal ganz kurz, bitte. Ja, doch, passt alles. Es sitzt noch einer da, oder nicht? Ich glaube, der Typ mit der DBS-Nerv. Ich glaube, der ist nicht mehr da. 6-Skollier. 6-Skollier. Alles klar. Nein, Henkeler, Smokes, brauchen wir nicht mehr noch einfassen. Ja, ich hätte gerne eine M416, M416 hätte ich gerne, Skar, naja geht so. Geht so! Wurde eigentlich die Skar irgendwann mal wieder gebufft? Ne, ne? So, jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach den Dios hier. Unten ging es doch gerade noch ab, oder? Hier habe ich glaube ich gerade noch welche gehören. Da oben ist was. Hinter mir waren auch noch welche. Es sind noch unglaublich viele da insofern. Werden wir schon noch welche finden. Extended Mark da noch cool. Extended Mark hätte ich noch gerne. Und Schalldämpfer. Verliert gerade auch ein bisschen Überblick was noch alles erledigen ist hier. Für mich. In meiner Mission. Ich habe mich nicht gesehen. Wo war denn der andere jetzt? Wer hinter mir macht mir Sorgen. Wer hinter mir macht mir Sorgen. Da oben sind auch welche. Ich warte mal. Da kommen sicher noch einige aus dieser Stadt raus hier. Auf der anderen Seite. Ne, wir müssen auf den Berg hoch. Aus dem einfachen Grund. Ich gehe lieber jetzt auf den Berg hoch als später. Und die Zone. Wir müssen hier hin. Wir lassen die Dudes da unten mal. Extended Mark hätte ich noch gerne. Das wäre gut. Was muss ich noch alles tun? Top 2. Top 3. Level 3 und Helm. Mit Kids. Okay, also ich brauche Level 3 hier. Aber ich brauche nicht mehr. Also. Crates. Wir sollen Crates holen. Supply Drops. Die 44. Das ist was. Nicke. Na ja. Jetzt seh ich die nicht mehr. Über mir ist einer. Da läuft einer hoch. Da kommt man auch hoch. Okay, da durfte ich jetzt nicht Ballschirm aufmachen aus mir unerfündlichen Gründen. Hinter uns ist noch ein Dude mit einer Dragunov. Shit. Da sind... Warum hab ich da jetzt ein First-Aid-Kit verballert für das? Oh mein Gott. Richtig gut. Na, da muss ich mir auch noch was Neues überlegen. Das gefällt mir noch nicht. Mit meinen neuen Mauseinstellungen, da bin ich noch ganz glücklich. Mit der Maus an sich bin ich glücklich, aber mit den Einstellungen nein. Plays aren't killed, Leute. Level 3 Helm und Level 3 Weste brauchen wir noch. Level 3 Helm und Level 3 Weste. Da oben geht's an. Aber das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Ich bleib mal hier. Pusht's doch jetzt gleich zu mir, ne? Ne? Also ich bin einig am Little Brother 22 ist der Typ mit der Dragunov. Das ist ein Board. Ein bisschen neugierig. Ein bisschen neugierig. Ein bisschen neugierig. Ein bisschen neugierig. Ich glaube wir haben zu viele Smokes. So was sagt denn die Zone ich will eigentlich hier bleiben ich will hier nicht ich will hier wo Schnee die Zone rein was soll es hilft ja nichts ne ich habe die Sorge dass da irgendwo noch diese AWM Spaten rum rennt und der könnte mir schon ganz schön den Tag vermiesen ja kommen wir auch von hinten kommen von hinten so Bro shit der AWM Dude ist tatsächlich hinter mir hier irgendwo wahrscheinlich im Haus jedenfalls wäre ich da drin wenn ich der AWM Dude wäre okay also wir haben hier oben noch einen Typen wir haben das AWM Sniper hier und unten noch ein Typ mit der Bolt Action derjenige der mir am meisten Sorgen macht ist der Typ von hier hinten den sehe ich aber nicht das bedeutet das ist unwahrscheinlich dass er mich sieht Flugzeug sehen nicht great doch die kommt hier hinten runter wir warten kurz da ist er ich kann nicht rein zu das ist noch da oder wir pinnen den jetzt erstmal schön außerhalb der Zone fest der sieht mich gar nicht auch habt ihr das gesehen das war ja auch witzig der Schuss ist so ewig geflogen ihr habt es gar nicht richtig gesehen so okay das machen wir jetzt das Haus das Haus ist scary unten an der an der Crate geht es glaube ich ab an der Crate geht es ab ich habe die Befürchtung dass im Haus noch welche sind was geht denn hier noch ich kann leider nicht zoomen mit dem Zielfernrohr weil ich dann automatisch Painkeller nehme das muss ich unbedingt umstellen Auto Auto eigentlich gefällt es mir hier wo ist die Crate ich sehe die nicht mehr die muss hier doch irgendwo runter gekommen sein noch sechs am Leben alle spielen alle spielen ultra safe ok alles klar alle spielen da ist er irgendwo da irgendwo da war ok AWM Sniper direkt vor mir dann auf auf und Das war's für heute. so noch fünf ich will wissen ob man auch munition ist und es wohl selbst nörderisch ist das haus ist ziemlich weit außerhalb der zone das ist gut für mich 4 hat mich gesehen die sollen sich ruhig gegenseitig ok er hat sich selbst überfahren das ist natürlich unschön wenn sowas passieren noch drei gefällt mir bisher nämlich ist keine märme ich glaube es ist sind beide hier links links seiner und rechts muss sein wir chillen hier mal der ist tot was ich nicht verstanden habe ist ich habe halt noch dreimal drauf oder auf dem typen so Das war's für heute. Zweiter geworden. Schade. Der hatte auch besseren, besseren Loadout. Manche Leute sind einfach so. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zweiter. Gar nicht so schlecht dafür, dass meine Mauseinstellungen noch nicht passen. Also, macht's gut. Ciao, ciao.